Liebe Zuschauer, liebe Episoden, Kommen wir heute mal zu etwas ganz was anderen und zwar möchte ich heute auf die Person Dr. Karl Wickland eingehen. Wir sehen hier den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel und ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Meinungen zu Wikipedia, die haben hier nichts zu suchen. Es geht um Informationen zu Dr. Karl Wickland und im deutschen Wikipedia finde ich, dass Dr. Wickland, der war Psychiater und Forscher des Paranormalen. Er wanderte früh in die Vereinigten Staaten aus, wo er allgemein Medizin studierte und sich auf Geisteskrankheiten spezialisierte. Nach der Leitung des National Psychopathic Institute von Chicago gründete er 1918 das National Psychological Institute. Seit 1924 veröffentlichte er Bücher zum Thema paranormale Psychologie. Wenn wir uns den amerikanischen oder den englischsprachigen Wikipedia-Artikel anschauen, Wir haben hier mal, ja gut, der ist hier noch auf Englisch, ich übersetze ihn mal ins Deutsche. Dann sehen wir hier auch ein Bild von Dr. Karl Wickland. Wir sehen ihn hier mit seiner Frau, die ihm oft als Medium diente. Und hier drinnen steht noch ein wenig mehr. Kommen wir auf einen Artikel zu Dr. Karl Wickland, dann finden wir mehr Informationen. Das sind die Fragen, die Dr. Wickland, amerikanischer Arzt und Leiter des National Psychological Institute in Kalifornien, auf eine für manche Leser sicher überraschende Weise beantwortet. Mithilfe der medialen Fähigkeiten seiner Frau gelingt es Dr. Wickland mit sogenannten erdgebundenen Geistern Gespräche zu führen, die hier wortgetreu wiedergegeben werden. Er beleuchtet damit die möglichen Einflüsse und Wechselwirkungen geistiger Wesenheiten auf den Einzelnen und zeigt so einen Weg, Geisteskranken erfolgreich und nachhaltig zu helfen. Die Forschungen Dr. Wicklands lassen das Phänomen der Geisterstörung in einem völlig neuen Licht erscheinen und stellen somit eine wichtige Erweiterung zu der modernen Psychologie dar. Anhand von zahlreichen Beispielen aus seiner jahrzehntelangen Praxis weist der bekannte amerikanische Psychiater nach, dass es sich bei den meisten Fällen geistiger Verwirrung nicht etwa um Bewusstseinsspaltung oder dergleichen handelt, sondern um Besessenheit durch Fremdwesen, die von dem Patienten Besitz ergriffen haben und ihm ihren Willen aufzwingen. Indem diese Wesenheiten durch ein Medium zum Reden gebracht werden, geben sie sich als Verstorbene Kunde, die sich über ihre veränderte Seinsweise nach dem Ablegen ihres irdischen Körpers noch gar nicht klar geworden sind und sich einbilden, nach wie vor in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. Das sind Themen, die ich ja auch schon in diversen Videos von mir angesprochen habe und eines der bekanntesten Bücher, die Dr. Karl Wiglund geschrieben hat. Das ist das Buch 30 Jahre unter den Toten. Und ich freue mich, euch heute mal in dieses Thema zu entführen, denn wir haben hier einen Arzt, der sehr anerkannt war, soweit ich das recherchieren konnte, und ziemlich viel auch geleistet hat und das Ganze auch in Richtung der Parapsychologie. Natürlich wurde das Thema immer belächelt, aber ich finde das Thema nicht belächelbar, sondern das ist ein Thema, das sehr ernst ist. Und hier, ich schaue mal in das amerikanische oder englische Wikipedia nochmal rein. Wiglund wandte sich von der konventionellen medizinischen Psychologie ab und ging zu dem Glauben über, dass psychiatrische Erkrankungen das Ergebnis des Einflusses der Geister der Toten seien. Wiglund kam zu der Überzeugung, dass eine große Anzahl seiner Patienten von dem besessen war, was er obsessive Geister nannte und dass Niederspannungselektroschocks sie verdrängen könnten. Während seine Frau Anna als Medium fungierte, um sie zu Fortschritten in der Welt zu führen, Geisterweltspiritualisten betrachteten ihn als Autorität für destruktive Geister und er schrieb 1924 ein Buch 30 Jahre unter den Toten, in dem er seine Erfahrung als psychischer Forscher beschrieb. Ich habe das Buch hier, ich werde euch den Link zu dem Buch, welches es bei archive.org zu lesen gibt und zwar umsonst, das ist hier. Und ich mache uns das Buch mal größer, sehr schön. Und dann gehen wir hier drin mal auf die Seite 144 und ich werde euch jetzt mal aus dem Buch ein Kapitel vorlesen, welches sehr interessant ist. Und das Kapitel, das ist das Kapitel Nummer 6, das heißt Geister und Verbrechen. Schlechte Gewohnheiten, Leidenschaften und Süchte wurzeln in der Seele und bleiben Eigentümlichkeiten jedes Einzelmenschen, auch nachdem er seinen irdischen Leib abgelegt hat, bis er sie durch eigene Willenskraft überwunden und ausgemerzt hat. Hier mache ich mal kurz Pause, denn das ist ein Thema, das haben wir in einem Livestream mit Real Mystery. Da habe ich das Gleiche auch gesagt und ich war nicht alleine, sondern auch die anderen Teilnehmer in dem Livestream. Wir haben das ähnlich gesehen. Also, dass unser Körper, sage ich mal, wie ein Fahrzeug ist und die Seele der Fahrer in diesem Fahrzeug ist. Und dass Seelen der Untoten, die um uns vielleicht herumlungern, die Gelegenheit erwarten oder abwarten, diesen, also so ein Fahrzeug zu übernehmen. Und Dr. Karl Wiglund bestätigt diese Aussagen auch durch seine eigenen Tätigkeiten und wissenschaftlichen Forschung. Lesen wir mal weiter. In vielen aufsehenerregenden Morden würde durch nähere Nachforschung der klare Beweis dafür zu erbringen sein, dass diese Verbrechen unter dem Einfluss entkörperter Geister von völlig unschuldigen Personen begangen worden sind, die nur in der Besessenheit, also unter dem Zwange eines fremden Willens, zu mördern wurden. So ist zum Beispiel kaum ein Zweifel daran möglich, dass der Mord an Stanford White durch Harry K. Thor im Jahre 1906 im Madison Square Roof Garden in New York unter dem Einfluss von Geistern verübt worden ist. Harry Thor war ein Medium und hat dafür auch sein ganzes Leben hindurch zahlreiche Beweise geliefert. Was für persönliche Gründe er auch gehabt haben mag, als er Stanford White tötete, war er fraglos von rachedurstigen Geistern besessen, die Vergeltung üben wollten für wirkliches oder angebliches Unrecht, welches ihnen selbst oder ihrer Verwandtschaft widerfahren war. Harry Thor war schließlich nur die Mittelperson, das körperliche Werkzeug, durch welches ein schreckliches Drama seitens der unsichtbaren Welt in Szene gesetzt wurde. Die wirklichen Täter aber waren unwissende, rachsüchtige Geister. Am 15. Juli 1906, einige Wochen nach dieser Tragödie, nahm während einer Sitzung ein fremder Geist von meiner Frau Besitz und fiel gleich der Länge nach zu Boden. Ich setzte meine Frau in einen Sessel und fing an, den in ihr steckenden Geist auszufragen. Der Fremde widerstrebte heftig und wollte sich nicht anfassen lassen. Er verlangte Barsch, man solle ihn zufrieden lassen, und rief, »Hey da, Kellner, bringen Sie mir was zu trinken!« »Was wünschen Sie zu trinken?« »Bringen Sie mir Whisky und Soda, aber schnell!« »Wer sind Sie?« »Das geht Sie gar nichts an, wer ich bin!« »Was glauben Sie, wo Sie sind?« »Im Madison Square Roof Garden, natürlich!« »Wie heißen Sie?« »Stamford White, wenn Sie es wissen müssen!« Darauf fasste er sich mit der einen Hand rechts an den Hinterkopf und griff mit der anderen nach Brust und Leib, als ob er heftige Schmerzen habe, und rief, »Lassen Sie mir vom Kellner Whisky und Soda bringen!« Ich wollte gerade weitere Fragen an ihn richten, als der Geist auf einige Unsichtbare aufmerksam wurde und vor Furcht zu zittern begann. »Sehen Sie Verstorbene?«, fragte ich. Er nickte lebhaft mit dem Kopf und rief, »Sie sind hinter mir her!« Dann sprang er vom Stuhl auf, lief in eine Ecke des Zimmers und wollte mit aller Gewalt fortlaufen. Seine Erregung war so groß, dass er die Verbindung mit dem Medium verlor und verschwand. Sofort nahm ein anderer Geist vom Medium Besitz. Dieser lief sehr erregt im Zimmer hin und her und rief triumphierend, »Ich habe den Hund getötet! Ich habe den Hund getötet! Da liegt er!« Dabei wies er auf die Stelle hin, wo White die Verbindung verloren hatte. »Der Hund! Schon jahrelang suche ich nach einer Gelegenheit, ihn zu töten, und schließlich habe ich ihn doch erwischt, diesen Hund!« Ich nötigte, den Geist sich niederzusetzen und erfuhr, dass er Johnson heiße. »Ich habe Stamford White getötet!«, rühmte er sich. »Der hat den Tod verdient! Er hat so lange mit unseren Töchtern gespielt!« Er wurde sehr deutlich in seinen Anklagen gegen Männer aus der Gesellschaft. »Sie stehlen uns unsere Kinder, kleiden sie elegant, und die Eltern erfahren nicht, was aus ihnen wird!« Ich fragte den Geist, ob er wisse, dass er tot sei. Er aber lachte über meine Frage und sagte, »Wie könnte denn ein Toter reden?« Der Doktor sagte zwar, ich hätte Auszehrungen und würde bald sterben. Aber ich bin doch nicht gestorben. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie wohler gefühlt. Als ich ihn aufforderte, sich mal seine Hände, Füße und Kleidung recht genau zu betrachten, wollte er wissen, wie er, ein Mann, denn zu einem Frauenkörper gekommen sei. Durch längere Auseinandersetzungen konnte ich den verblüfften Geist schließlich davon überzeugen, dass er tatsächlich verstorben sei. Darauf verließ er uns voller Reue. Ihm folgte sogleich ein dritter Geist, aber dieser war sich bewusst, ein Geist zu sein und nur vorübergehend in einem geliehenen Körper zu stecken. Er ist geistereinflussend zugänglich, schon Zeiten seines Lebens. Er war immer zerfahren und so erregbar, dass wir uns immer gescheut haben, ihn zu züchtigen, weil wir fürchteten, er würde irrsinnig werden. Aber jetzt sehe ich unseren Irrtum ein. Als ich noch auf Erden lebte, habe ich die Ursache von Harrys sonderbaren Benehmen nicht begriffen. Aber jetzt, von der geistigen Seite her, kann ich sehen, dass Harry die meiste Zeit seines Lebens ein Werkzeug in den Händen selbstsüchtiger, erdgebundener Geister gewesen ist. Er war von rachedurstigen Geistern besessen, als er Stanford ermordete. Ich habe auf jeden möglichen Weg versucht, die Außenwelt zu erreichen, um den Leuten zu sagen, dass Harry nicht irrsinnig, sondern ein Medium ist. Rettet meinen Jungen, rettet meinen Jungen, Barter wiederholt. Was wollen Sie, dass wir tun sollen? Schreiben Sie bitte an meine Frau und an meinen Rechtsanwalt, Herrn Olcott. Wir wussten damals nicht, dass Herr Olcott, der Rechtsanwalt des Herrn, vorgewesen war, fanden diese Angaben später aber als Tatsache bestätigt. Berichten Sie ihm, was Sie soeben erlebt haben und was ich Ihnen gesagt habe. Machen Sie es Ihnen zur Pflicht, diese Zusammenhänge richtig zu begreifen und Harrys Zustand verstehen zu lernen. Wir versprachen dem Geiste, ihm seinen Wunsch zu erfüllen, und dann verließ er uns. Am folgenden Abend, am 16. Juli, kam ein anderer Geist. Er schien sich zuerst nach jemandem umzusehen. Dann fragte er, wo sind denn die anderen hin? Auch dieser Geist äußerte schwere Verwünschungen gegen die höhere Gesellschaft im Allgemeinen und klagte besonders über die törichte Leichtfertigkeit vieler junger Mädchen. Die Reichen nehmen unsere Töchter in ihre Lasterhöhlen. Sie bringen sie auf die Bühne und die Mädchen wollen dann von ihren Eltern nichts mehr wissen. Sie verdienen Prügel, erklärte er unter Unterstrich jedes seiner Worte mit entsprechenden Gesten. Dieser Geist geriet dabei in so heftige Erregung, dass er plötzlich die Gewalt über das Medium verlor, noch bevor ich ihn nach Einzelheiten hätte fragen können. Am 10. Februar 1907 meldete sich der Geist des Herrn Thor noch einmal und wiederholte seine Angabe, dass Harry ein Medium sei und häufig unter den Einfluss böser Geister gerate. Er wies sehr eindringlich darauf hin, dass es von großem Vorteil für die Menschheit wäre, wenn man der Frage des Geistereinflusses ernstlich nachginge. Gründliche Kenntnis dieser Zusammenhänge würde sowohl den Geistern drüben als auch ihren unglücklichen Opfern hier unsagbare Leiden ersparen. Dass Richard Ivins, der wegen Mordes an Frau Bessie Hollister in Chicago im Jahre 1906 gehängt wurde, ein Opfer fremder Einflüsse geworden ist, war so augenscheinlich, dass Irrenärzte, Kriminalisten und Psychologen gleichlautend ihre Überzeugung darin aussprachen, dass Ivins unschuldig sei und das Verbrechen unter dem hypnotischen Zwang einer unbekannten Persönlichkeit ausgeführt habe. Ivins gab abwechselnd seine Schuld zu und bestritt sie wieder auf das Entschiedenste. Er behauptete mit einem fremdartigen, abwesenden Blick, dass ein starker Mann ihn gezwungen habe, die Tat zu begehen. Hugo Munsterberg, Medical Doctor, Professor der Psychologie an der Harvard University, schrieb im Jahre 1906, es ist ein interessanter und doch ziemlich klarer Fall von Persönlichkeitsspaltung und Selbstsuggestion. Die Hexen des 17. Jahrhunderts wurden aufgrund solcher Bekenntnisse verbrannt und das allgemeine Verständnis für seelische Verirrungen hat seit jener Zeit nicht viele Fortschritte gemacht. Professor Williams James von Harvard University schrieb, ob schuldig oder nicht, Ivins muss in einem Zustande von Persönlichkeitsspaltung gewesen sein. Er war nicht sein eigenes, natürliches Selbst, während jener schicksalsschweren Tage, sondern das Opfer einer jenen seltsamen Persönlichkeitsveränderung, von dem wir sehr wohl wissen, dass sie entweder in Folge von Suggestionen oder auch ganz von selbst bei dafür veranlagten Personen auftreten. Wir führen in nachstehendem eine Folge von Berichten zu dieser tragischen Geschichte auf. Sitzung vom 7. März 1907 Geist Richard Ivins Als an diesem Abend der Geist in das Medium eingetreten war, fiel letzteres anscheinend leblos zu Boden und erst nach einer halben Stunde angestrengtester Bemühungen gelang es, den Geist ins Bewusstsein zurückzubringen. Lasst mich los, stöhnte er. Wollt ihr mich noch einmal hängen? Er klagte über große Schmerzen im Nacken und bat, man möchte ihn in Ruhe lassen, er wolle nur noch schlafen. Was ist denn mit ihrem Nacken? Er ist gebrochen, sie haben mich gehängt und ich bin tot. Ich will auch tot bleiben. Wenn sie mich wieder zum Leben bringen, wird man mich nochmals hängen. Wie heißen Sie? Richard Ivins Waren Sie schuldig am Morde der Frau Hollister? Ich weiß es nicht, andere behaupten es. Wenn ich es wirklich getan habe, dann habe ich es ohne mein Wissen getan. Weshalb haben sie sich denn zweitweilig schuldig bekannt und dann immer wieder ihr Geständnis widerrufen? Ich habe mich schuldig bekannt, weil die drei Kerle, in Klammern Geister, mich dazu zwangen. Der starke Mann stand mit einem Messer vor mir und drohte mir, mich zu erstechen, wenn ich mich nicht schuldig bekennen würde. War der starke Mann nicht da, dann habe ich auch Ja gesagt, dass ich gar nicht wisse, ob ich die Dame getötet hätte oder auch nicht? Das habe ich der Polizei gesagt, das habe ich dem Gefangenen-Ausseher gesagt und auch sonst jedem, der mich fragte. Aber sie alle haben mir nicht geglaubt, wenn ich ihnen erzählte, wie es in Wahrheit gewesen ist. Ach, ich habe so viel durchgemacht. Warum haben sie mich denn ins Leben zurückgerufen, wo ich doch nun schon tot war? Warum haben sie mich nicht schlafen lassen? Man wird mich wieder festziehen und noch einmal hängen. Dann rief er plötzlich voll Angst. Sehen Sie nicht? Da ist der große Mann wieder. Er hat sein Messer mit und die beiden kleinen Kerle sind auch wieder bei ihm. Oh. Nun fasste er nach seinem Knie und schrieb. Mein Knie. Er hat mir mit seinem Messer durchs Knie und durch das andere Bein gestochen. Mein Bein. Mein Bein. Er ist der leibhaftige Teufel. Er hat mich gestochen. Allmählich gelang es den verängstigten Geiste begreiflich zu machen, dass seine Peiniger ja Geister seien und dass er selbst seinen irdischen Körpers ledig dem Bereiche körperlicher Schmerzen entrückt sei. Sie stecken zwar augenblicklich in einem Körper, aber nicht in ihrem eigenen und müssen sich nun von allen falschen Vorstellungen freimachen. Sehen Sie außer Ihren Feinden nicht auch andere Geister? Wieso? Ja. Ja, da sind jetzt andere. Die scheinen mir freundlich gesünd. Und da, da ist Frau Hollister. Fragen Sie den Mann mit dem Messer, warum er sie denn so verfolgt hat, flüsterte ich ihm zu. Er grinst nur. Fragen Sie ihn, weshalb er denn die Dame habe töten wollen. Er sagt, weil er Frauen hasse. Hier brach er plötzlich ab und schien atemlos einen sehr aufregenden Vorgang zu beobachten. Sie haben eben diese Teufel fortgebracht. Das gab einen heftigen Kampf, aber sie haben sie doch untergekriegt. Danach beruhigte er sich und sagte, ich fühle mich jetzt besser. Ich bin so froh, dass der furchtbare Mann fort ist. Als wir ihn fragten, wie weit er sich der Hollister-Tragödie entsinnen könne, sagte er, Als ich an jedem Abend die Frau sah, nahm ich auch den großen Mann war. Mir wurde so seltsam im Kopf. Ich wurde am Halse gepackt und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, sagte der große Mann, ich hätte die Frau ermordet. Ich kannte den Mann seit ungefähr einem Monat, wusste aber nicht, dass er ein Geist war. Er hat mich seither ständig verfolgt. Weshalb ließ man mir nicht die Möglichkeit zu leben? Und wenn es auch im Gefängnis gewesen wäre? Oh, welche Schande habe ich über meine Familie gebracht? Meine arme Mutter tut mir so leid. Wenn sie nur die Wahrheit erfahren könnte. Wenn ich nur mal mit ihr sprechen und ihr sagen könnte, dass ich dafür nichts gekonnt habe. Dass ich es ja gar nicht getan habe. Niemand hatte Mitleid mit mir. Und keiner wollte mir glauben, wenn ich von dem großen Mann erzählte, der mit dem Messer über mir stand. Der hatte mich doch nur gezwungen, mich schuldig zu bekennen. Wenn ich das Verbrechen wirklich ausgeführt haben sollte, so bedauere ich das aufrichtig. Aber ich weiß nichts davon, dass ich es getan habe. Warum hat man mich gleich mit dem Tode bestraft? Nachdem ich ihm erklärt hatte, dass das Leben jedoch auch nach dem Tode weitergehe und der Mensch in ständiger Entwicklung zu immer höheren geistigen Welten aussteige, fragte er eifrig, wenn man mich nicht hat töten können, ist denn dann die Dame nicht auch noch am Leben? Gewiss, zweifellos ist sie hierher gekommen, um ihnen zu verzeihen. Sie haben ihr zwar ihren irdischen Körper zerstört, waren jedoch für die Tat nicht verantwortlich. Sie sind nur dazu missbraucht worden von bösen Geistern, welche sie hypnotisiert hatten. Denn so von uns belehrten und gänzlich erschöpften Geistern nahmen dann unsichtbare Helfer in ihre Obhut und diese erzählten uns, dass der starke Mann und seine Spießgesellen bei ihren irdischen Lebzeiten zur Bande der Weißmützen gehört hätten, welche einige Jahre hindurch in England und Amerika weit verbreitet ihr Unwesen getrieben und in ihrem verbrecherischen Wahn viele Frauen verstümmelt und gemordet hätten. Mehrere Monate später wurde der Geist des starken Mannes selber in unseren Zirkel gebracht. Sitzung vom 6. Juni 1907 Geist Karl der Fechter Der Geist schien ganz benommen, als sei er betrunken und als er schließlich wach wurde, war er so kampflustig, dass mehrere Menschen helfen mussten, ihn zu bändigen. Ich bin Karl der Fechter und werde euch alle erschießen lassen, schrie er. Dann wandte er sich an einige andere Unsichtbare mit wilden Flüchen, weil sie ihn hierher gelockt hätten und verlangte von ihnen, sie sollten ihm helfen, anstatt untätig dabei zu stehen. Doch endlich gelang es, ihn zu beruhigen. Und dann nötigen wir ihn, sich eine Erklärung über den wahren Sachverhalt seiner gegenwärtigen Lage mit anzuhören. Indem bestreben, ihn davon zu überzeugen, dass er sich nicht in seinen eigenen, sondern in einem fremden Körper befinde, forderte ich ihn auf, sich doch einmal seine Hände anzusehen. Als er nun daraufhin eine Hand des Mediums betrachtete und sie als Frauenhand erkannte, fuhr er auf das Heftigste erschreckt ganz betroffen zurück und schrie, »Nehmt die Hand fort, nehmt sie fort, ich will sie nicht mehr sehen.« Als wir ihn fragten, was denn das mit der Hand für eine Geschichte sei, erklärte er, »Das werde ich nie erzählen, lieber sterbe ich.« »Oh, da ist auch ihr Gesicht und die Hand, die ich abgeschnitten habe, um den Diamantring zu bekommen. Das hat mich die ganze Zeit verfolgt.« Voller Entsetzen blickte er umher und schien eine ungeheure Versammlung von Geistern zu sehen. »Seht, all diese Gesichter, habe ich diese Leute alle umgebracht? Kommen sie, um mich anzuklagen? Da, da ist ja auch dieser Junge, er ist damals gehängt worden, aber auch er scheint jetzt hinter mir her zu sein. Ich habe die Frau getötet und ihn veranlasst, sich schuldig zu bekennen, um meinen Hals zu retten. »Aber warte nur, du Teufel, du. Ich werde dich schon zu fassen kriegen, wenn ich hier rauskomme. Ich hacke euch alle kurz und klein.« Aber schließlich wurde ihm doch klar, dass alles weitere Widerstreben kein Zweck habe und die Tage des Raubens und Mordens für ihn vorüber seien. Er schilderte uns seine schauerliche Verbrecherlaufbahn und sagte, gemordet habe er aus Rache, gestohlen habe er, um Whisky zu kaufen und getrunken, um sein Gewissen zu betäuben und den Gespenstern zu entgehen, die ihn andauernd verfolgten. In frühester Jugend sei er unter der Obhut seiner eigenen Mutter sehr glücklich gewesen, aber nach ihrem Tode hätte seine Stiefmutter ihn so unbarmherzig misshandelt, dass er oft schluchzend in sein Zimmer gerannt sei und auf den Knien zu seiner toten Mutter um Hilfe gebetet hatte. Das habe die Stiefmutter erst recht in Eifersucht und Wut versetzt und allen Einsprüchen seines schwachen Vaters, zum Trotz habe sie wütend auf ihn eingeschlagen und ihm verboten, jemals die Namen seiner Mutter wieder zu erwähnen. Ihre Misshandlungen arteten in solche grausame Tyrannei aus, dass in dem Knaben ein unbezähmbarer Hass gegen sie entstand und er voll Rache durchs Gelobte, wenn er erst groß sei, möglichst viele Frauen umzubringen. Diesen, seinen entsetzlichen Vorsatz, hat er dann auch wirklich ganz planmäßig in die Tat umgesetzt und sein ganzes Leben daran gegeben, Untaten und Verbrechen zu ersinnen und zu verüben, denen hauptsächlich Frauen zum Opfer fielen. Ums Leben gekommen war er selbst 1870 bei einem heftigen Streit mit seinen Genossen, war sich aber dessen nicht bewusst geworden. Er brüstete sich damit, viele Jahre lang immer neue Verbrechen verübt zu haben und doch der Polizei immer entkommen zu sein. Im Bossen wollte ich mal einen Polizisten totschlagen. Ich hatte mich hinter ihn geschlichen und schlug ihn mit einem Knüppel auf den Kopf. Aber der Knüppel fuhr gerade durch ihn hindurch und tat ihm nichts. Er hat sich nicht einmal nach mir umgedreht. Der Geist wehnte sich jetzt in den Händen der Behörden und erklärte sich bereit, sich zu ergeben, um den ihn verfolgenden Gesichtern seiner vielen Opfer zu entgehen. Ich würde ja mit Freuden in die Hölle gehen, wenn ich nur diese Quälerei loswerden könnte. Daraufhin erklärte ich ihm einiges über das Gesetz von Ursache und Wirkung und wie es sich auch in den Verhältnissen und Zuständen der geistigen Welt auswecke. Während er noch mal in Erklärungen lauschte, sah er seine rechte Mutter vor sich stehen. Ihre Erscheinung machte einen überwältigenden Eindruck auf ihn. Der hartgesottene Verbrecher sank aus seinem Stuhl ganz in sich zusammen und weinte jämmerlich, während seine Mutter ihm zuredete. Doch mit ihr zu kommen und sich zeigen zu lassen, wie er seine Verbrechen sühnen könne. Ganz zerknirscht, voll Schuldbewusstsein und Reue rief er abwehrend, Ich kann nicht mit dir gehen, liebe Mutter, lass mich, ich kann nicht mit dir gehen, geh du nur zurück in den Himmel und ich muss in die Hölle, wo ich hingehöre. Ich gehöre in Stücke gehackt und dem Feuer der Hölle verbrannt. Aber die Mutterliebe trug doch den Sieg davon und der Geist folgte reumütig und bescheiden seiner Mutter. Im Jahre 1894 hatte Harry Hayward, ein hübscher, aber gewissenloser Lebensmann mit seiner Schwäche für schöne Frauen, einen Schurken dazu gedungen, seine Geliebte in Minnesota zu ermorden. Er wurde dafür gehängt. Solange er im Gefängnis saß und aus seiner Hinrichtung wartete, bewahrte er bis zum letzten Augenblick seine unbekümmerte Haltung, spielte in größter Gemütsruhe mit seinem Gefangenen-Ausseher Karten und ließ sich Eiscreme, seine Lieblingsspeise bringen, so oft er sie bekommen konnte. Ich gehe jetzt in die Hölle, sagte er zu dem Gefangenen-Ausseher und wenn sie dann dorthin nachkommen, bewirte ich sie zum Empfang mit Eiscreme. Während dieser Zeit schickte ich ihm, ohne mich als Absender bekannt zu geben, ein Buch und verschiedene Aussätze mit Zeitschriften über die Geisterwelt, hatte aber sonst keinerlei Beziehung zu ihm. Am 27. Februar 1908 bat uns eine Krankenschwester, uns doch der Frau, Mac A. anzunehmen. Einer Kranken, welche sie im Pflege hatte und bei der stark zu vermuten war, dass ihre anhaltenden Krankheits- und Schwächezustände rein medialen Ursprungs, das heißt auf Besessenheit, zurückzuführen seien. Die Schwester war selbst medial und vermutete, dass viele der Wahnverstellungen bei ihrer hübschen Patientin durch Besessenheit verursacht würden. Die Schwester hatte selbst schon verschiedentlich versucht, die belästigenden Geister zu vertreiben. Eines Tages verlangte Frau Mac A. ganz dringend nach selbstgemachter Eiscreme, obgleich sie sich sonst nicht das Geringste daraus gemacht hatte, aber sie bestand darauf, ihren Wunsch sofort erfüllt zu sehen und machte ihren Mädchen der durch große Umstände. Als die Schwester dann mit der Eiscreme ins Zimmer trat, hatte sie plötzlich das Gefühl, als stürzte sich jemand auf sie. Im nächsten Augenblick überkam sie ein so starkes Würge- und Erstickungsgefühl, dass sie gezwungen war, das Zimmer zu verlassen. Nachdem sie sich etwas erholt hatte, kam sie ins Zimmer zurück und fest davon überzeugt, dass hier ein Geistwesen im Spiel sei, machte sie ein Fenster weit auf und gab nur in Gedanken, ohne es auszusprechen, den Befehl, dass jedes etwa anwesende fremde Wesen sofort das Haus zu verlassen habe. Am Abend desselben Tages nahm diese Schwester und der Mädchen der Frau, Mac A. Punkt, an unserer Sitzung teil und der Geist, welcher sich dabei kundgab, klagte, sogleich über Schmerzen im Nacken, und erklärte ungefragt, er habe das Genick gebrochen, als er gehängt worden sei. Sein Name sei Harry Hayward. Könnt ihr mir nicht etwas Eiscreme geben? Ich habe wieder und immer wieder versucht, etwas zu bekommen und heute habe ich es schon fast geschmeckt, aber bekommen habe ich das doch wieder nicht. Ich wurde von einer Frau fortgejagt, sie hat mir aus dem Fenster geworfen und das ist nicht etwa ein Vergnügen, sich von einer Frau aus dem Fenster werfen zu lassen. Hayward war sich darüber klar, dass er sich als Geist auf der Erde herumtreibe und als wir ihn fragten, woher er denn über das Geisterleben Bescheid wisse, erwiderte er, er habe während seiner Haft einige Aussätze darüber gelesen, welche ihm ein Unbekannter zugeschickt habe. Er beklagte sich jedoch darüber, dass wohin er auch gehe, niemand Notiz von ihm nehme, selbst wenn er im Eisenbahn zugesitze, käme bestimmt einer und setzte sich ihm auf den Schoße, sodass er sich nicht rühren könne. Er war sehr froh darüber, sich endlich mal wieder mit Menschen unterhalten zu können und stellte viele Fragen nach den verschiedenen Personen, mit denen er während seines gerichtlichen Strafverfahrens zu tun gehabt hatte. Besonders erkundigte er sich nach dem Gefangenenausseer, mit dem er sich ein gut Teil seiner Zeit durch Kartenspiel vertrieben hatte. Ich hatte das Gefühl, dieser Gefangenenausseer sei vor einiger Zeit gestorben und äußerte das auch dem Geiste gegenüber, sogleich wie sich ihn darauf hin, dass es ihm vielleicht möglich wäre, diesen in der Geisterwelt aufzufinden. Darauf schwieg er einen Augenblick und bemühte sich offenbar, seinen früheren Freund aufzuschwimmen. Dann sagte er ganz bestimmt und mit Nachdruck, nein, der Mann ist nicht tot. Ich sehe ihn im Haus seines Sohnes in Minneapolis Karten spielen. Es fiel gar nicht schwer, Hayward zu belehren und auf das höhere Leben hinzuweisen. Er verabschiedete sich schließlich von uns mit der Versicherung, dass er sich um seinen Ausstieg in der Geisterwelt aller Mühe geben wolle. Nach dieser Sitzung ließ unsere mediale Kranke in ihrem Befinden eine auffallende Wandlung zum Besseren erkennen. Und auf unseren nachträglich brieflichen Anfragen erhielten wir die Bestätigung, dass Haywards Aussagen über seinen alten Gefangenen auch sehr richtig gewesen waren. Dieser lebte noch und hatte tatsächlich an dem Abend unserer Sitzung mit Hayward im Hause seines Sohnes Karten gespielt. Zehn Jahre später, nachdem sich der Geist eines anderen Mörders, der gehängt worden war, in unseren Zirkel kundgegeben hatte, meldete sich Hayward noch einmal und erzählte uns einiges aus seinem irdischen Leben. So, hiermit beende ich diese Folge und es geht zwar noch weiter, nur ich weiß nicht, wie sehr euch das Ganze interessiert. Ich finde es sehr interessant und das sind ja doch Themen, die wir, wie ich anfangs schon gesagt habe, im Livestream vom Real Mystery auch besprochen haben, was ich selber auch persönlich glaube. Ich habe es ja da drin auch selber erwähnt. dass einfach so etwas möglich ist. Und dieser Dr. Karl Wicklund, ich hole ihn uns nochmal her, dass wir ihn nochmal sehen. Dieser Dr. Karl Wicklund mit seiner Frau, wir sehen sie hier, die ihm als Medium diente, die haben wirklich sehr interessante Sachen durchlebt und ich finde das bewundernswert. Das ist eine Zeit gewesen, wo so etwas noch, sag ich mal, wichtig war und das Ganze auch irgendwie ernst genommen wurde, im Gegensatz zur heutigen Zeit. und das muss ich sagen, finde ich schade. Man mag davon halten, was man will. Wen das Ganze jetzt nicht zusagt, kann ich absolut verstehen und das ist auch kein Zwang, das, was ich hier euch erzählt habe oder in dieser Folge versucht habe, euch zu erzählen, dass das jeder glauben muss. Also jeder hat eine andere Vorstellung und ich bin der Letzte, der jemanden davon überzeugen möchte. Für mich persönlich klingt das Ganze einfach plausibel und ich weiß, dass viele unter euch dabei sind, die das ähnlich sehen und ich hoffe, aus diesem Grund hat euch diese Folge auch gut gefallen. Wer sich mit diesem ganzen Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat, den lade ich da herzlich ein, sich selber einmal damit auseinanderzusetzen und ihr werdet den Link zu dem Buch, von dem ich euch gerade vorgelesen habe, ich zeige es euch hier nochmal. 30 Jahre unter den Toten, der Link ist in der Videobeschreibung, euch das gern selber einmal durchzulesen. Es gibt natürlich mannigfaltig noch weitere Literatur, aber dieses Buch ist wirklich sehr interessant und dieses Buch umfasst natürlich noch ganz andere Kapitel. Ihr seht es hier selber und interessant ist schon die Einleitung sowie dann auch das erste Kapitel über die wechselseitige Beziehung der beiden Welten, seelenkundliche Forschung und so weiter. Naja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben sowie ein Abo, falls ihr noch keines dagelassen habt und das 20.000 Abonnenten-Special steht dank euch bald bevor, aber leider ist es aufgrund der aktuellen Lage wirklich schwierig, da irgendwas Tolles zu machen. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen oder ich werde es dann nachholen, wenn wir das Ganze hier überstanden haben. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht es gut, euer Peso. Servus. ein Vision. Terminal kann er liegen, wenn ihr Liebt habt, schon опас hat mich ist die Anhaltschd Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020